Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Sterbehilfe. Vor nicht allzu langer Zeit ist das Gesetz zur Sterbehilfe aufgehoben worden. Für diejenigen, die mit dem Begriff Sterbehilfe nicht viel anfangen können, Sterbehilfe ist die Unterstützung zum Selbstmord. Früher war es verboten, jemandem zu helfen, sein Leben beenden zu können. Das neueste Urteil sagt aus, dass jeder das Recht hat, über sein Leben selber zu entscheiden und somit auch über sein Ableben selber bestimmen können muss. Heute darf ein Arzt ein todbringendes Medikament verschreiben, welches der Patient, welcher sein Leben beenden will, selber einnehmen muss. Zudem dürfen durch die Änderungen auch der Arzt oder auch Angehörige bei der Einnahme zugegen sein und den Sterbenden begleiten. All dieses war vor der Gesetzesänderung nicht möglich. Dieses geht jedoch nicht weit genug. Wenn man bedenkt, unter welchen Umständen ein Mensch überhaupt erst willens ist, sein Leben zu beenden, so kann der Zeitpunkt, um es derzeit legal hinzubekommen, verpasst werden. Dass ein Helfer das todbringende Medikament verabreicht, egal ob Angehöriger oder Arzt, ist weiterhin nicht erlaubt. Wenn jemand seinem Leben ein Ende setzen will, um unheilbare Schmerzen nicht mehr ertragen zu müssen, dieser aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, das Medikament selber einzunehmen, stellt das Gesetz noch immer eine Benachteiligung für diese Menschen dar. Es muss der Straftatbestand der Tötung auf Verlangen ebenfalls aufgehoben werden. Nur so kann Sterbehilfe tatsächlich funktionieren. Allerdings, bevor ein Arzt ein todbringendes Medikament verschreibt, muss dieser sicherstellen, dass es der Wille des Patienten ist und nicht der von pflegenden Angehörigen. Ein Video zum Thema Pflege findest du oben unter dem i. Zudem sollte sichergestellt sein, dass ein plausibler und nicht regulierbarer Grund für den Todeswunsch vorliegt. Eine Unterstützung zum Selbstmord, weil eine Ehe oder Partnerschaft zerbrochen ist, oder man vor wirtschaftlichen Zerwürfnissen steht, muss als Grund dafür ausgeschlossen werden. Um die Straffreiheit zu rechtfertigen, sollte derjenige auch den Helfer namentlich benennen und dieses beim Arzt, sollte es sich um einen Angehörigen handeln, anmelden. Dieses dient der Vermeidung von Missbrauch. Die Anmeldung, wer unter welchen Umständen die Tötung auf Verlangen vornehmen soll, kann auch in einer Patientenverfügung oder über einen Notar geregelt werden. Ein Video über die Patientenverfügung findest du oben unter dem i. Ich habe die Ansicht, dass jeder über sein Leben und sein Ableben selber entscheiden können muss. Jeder sollte aber gründlich darüber nachdenken, bevor er sein Leben beendet, da wir nur ein physisches Leben haben, zumindest soweit es wissenschaftlich und medizinisch bekannt ist. Jeder, der aber seinem Leben ein Ende setzen will, es selber aber nicht mehr kann, aus gesundheitlichen Gründen, sollte Hilfe bekommen können, ohne dass der Helfer strafrechtlich verfolgt wird. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg. Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.